Was ist das für ne Scheiße? Das sind Steam-Spiele mit Null Downloads. Ich hab das Ganze mal gemacht mit Null Spieler. Jetzt machen wir das Ganze mit Null Downloads. Viel Spaß. Okay, das erste Spiel heißt Backdoors. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht aus wie ein Horror-Game. Digga, Backrooms? Okay, was ist das? Digga, ist das Horror, Bro? Ich spiel kein Horror. Digga, nicht mehr Geräusche, gar nix. Oh, Bro. Aber am Tag, wenn ein Tag ist, dann erschrecke ich mich nicht so. Nur der Löffel. Bruder, warum geh ich in den Schrank rein? Digga, ich wette, da ist, Digga, hier ist irgendeiner drin oder so. Naja, also ich kann ja eigentlich aufhören, was ich will mit dem Game. Haha. Was hab ich für ein Outfit eigentlich an? Aber Real Talk? Also, erstmal ist, also das Spiel wirkt erstmal so, als wäre es eigentlich gut. Digga, die Quali ist auch gut. Bro, das hat null Spieler, das Game. Was ist das? Es ist weg? Warum ist es weg? Was ist das? Bro, Real Talk, ich hab kein Bock mehr, das zu spielen. Digga, ich wollte nur testen, wie die Games sind. Ich geh rein. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. 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 Ich hör Geräusche. Hört ihr das auch? Ist das im Real Life oder ist das im Game? Jo, ich komm jetzt rein. Da kommt ein Jumpscare. Ich sag, und dann geh ich weiter. Das kann wirklich Real Talk verarschen, man. Digga, kommt auch mal was? Wer bist du? Hä? Herr Real Talk, ich hab keine Angst mehr, was das für ein Opfer-Spiel, Digga. Ah, Take. Okay. Mad Kids. Ah, Schlüssel. Jawohl. Er legt mir den Arsch. Jo, jo, jo. Was geht ab, Bro? Jo, willst du mich mal dropscannen? Jo, hey, hallo. Willst du mich mal dropscannen? Hallo, willst du mich mal dropscannen? Ich komm jetzt gleich. Oh, wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Oh, oh, oh. Da ist ja immer noch keiner. Oh, oh. Das Licht fackert. Oh, warum fackert das? Ah, was macht er hier? Oh, was ist das für ein totes Game? Aber kein Wunder, spielt das keiner, ey? Hier passiert ja nicht mal was. Ah! Ich hör auf mit dem Game. Hier noch 5 Räume. Okay, ich warte auf 5 Räume. 12. 13. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Mann, bitte gib mir den Scheißschlüssel noch einfach, Bruder. Danke. Man, oh mein Gott, Pizze, Digga. Kein Bock mehr. 14. Noch ein Raum. 15. So. 16. 17. Digga, Rezonger ist eigentlich... Außer, dass meine Hände kommen, wenn ich schweißig sind, fand ich das jetzt nicht gruselig. Ey! Okay, ich weiß nicht, was ich zu dem Game sagen soll. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich bin ein fucking Pussy. Ich hasse Horrorspiele über alles. Und wir gehen rüber zum nächsten Game. Das Game kriegt von mir 3 von 5, weil es eigentlich gar nicht so scheiße ist. Die Quali ist krass. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir nur so richtige Scheißspiele spielen. 3 von 5 Sternen. Das nächste Game heißt Retroparking. Das ist das einzige Game, wo ich ein Video leider schon gesehen habe. Ich habe schon gespoilert. Aber das sah... Das sah krass aus. Rezong, das hat auch 0 Spieler. Okay, Start. Es gibt Level. Level 1. Okay, Fight, das ist nur eine Leertasse. Okay. Also, ich muss parken, oder was? Digga, ist das scheiße, Alter. Was? Wie soll ich denn da rumkommen? Warte, ich habe eine Idee. So. Das soll das erste Level sein? Ich habe Trick gefunden. Hey, aber Retrop, das Spiel ist cool. Und fertig. Boom. Mission complete. Next Level. Und nach hinten. Warte. Umdrehen. Ah, ich wollte cool sein. Oh, fertig. Mission complete. So, ich mache jetzt keinen Fehler mehr. Aber wo muss ich überhaupt hin? Ey, ist ja easy. What the fuck? Was? Ich habe mein Tesla auch mit zwei Tassen. Äh, so kann man sagen, ja. Ich schaffe das jetzt. Ich schaffe das. Äh. Easy. Boom. Vielleicht einmal umkehren. Und zack, wir sind drin. Jawohl. Ey, das Spiel ist cool. Retalk. Okay. Oh, jetzt gehe ich bis zur Edge. Dreh um. Bis hier. Boom. Gehe hier runter. Gar kein Problem, Bro. Gar kein Problem. Jetzt mache ich hier ein. Hoppala. Mann, Digga. Das Auto kann aber doch null Lenkung, Digga. Ich lenke ein. Ich lenke ein. Es passiert nichts. Hier, wir sind drin. So. So, und nicht anders. Bin ich da durch eigentlich? Aber im Retalk, ich kann da durch, glaube ich. Digga, warte mal was. Okay, bringt mir halt nichts, ne? Ah, Mann, ich glaube, das ist aber possible. Okay, jetzt ist das Fingerspitzengefühl gefragt. Ich sage, es ist möglich, auf jeden Fall. Es ist möglich, es ist möglich. Es ist möglich. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Gefickt haben wir das Spiel. What the freak? Okay, kann man hier irgendwo durch? Ich glaube schon. Pass auf. Ach, Digga, ja. Kein Bock mehr. Ey, aber Retalk. Das Spiel ist krass. Underrated Spiel. Das ist also wirklich underrated. Retro-Parking, underrated Spiel. Es ist nicht krass, krass. Aber es hat unverdient null Spieler. Das geht nicht. Ich rate das Game. 4 von 5. Die Idee ist geil. Die Umsetzung ist geil. Die Grafik ist geil. Das alte, was fehlt. Da fehlen noch so Twists. Check so Punkte, System. Keine Ahnung. Da fehlt noch irgendwas. Nächstes Game. Frontline Battles. Keine Ahnung, was das ist. Alright, das ist das Game. Start Match. Bro, was ist das? Okay, ich habe jetzt die zwei platziert. Die greifen jetzt Gebäude an. Ich weiß nicht, ob das so ein geiles Game ist. Oh, da sind welche. Was macht der? Was macht der? Sprengt er sich in die Luft? Er hat sich in die Luft gesprengt. Digga, was ist das für ein Game? Wir haben das jetzt eingenommen und da versuchen wir jetzt welche dahinten. Oh mein Gott, das Spiel ist echt wie geil. Okay, wir müssen versuchen, alles einzunehmen, glaube ich. Okay, wir übernehmen jetzt das Geschütz ein. Geil. Oh, okay. Das nehmen die auf jeden Fall ein. Hä, Marito? Ich finde das Game die Scheiße. Die Grafik ist auch wieder krass. Oh, das wird wieder eingenommen hier. Fuck. Ja, das Game ist ja tot, ist langweilig, ne? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Die Idee ist cool, glaube ich. Aber die Umsetzung nicht, glaube ich. Digga, was habt ihr auf einmal? Flammenwerfer? What the fuck? Digga, die benehmen hier alles. Ja, Bro, ich bin tot. Ich kann nichts machen. Das war's. Bro, das ist vorbei. Das war's. Ich gebe auf. Aber ich denke, ehrlich, Konzept geil eigentlich. Digga, was passiert hier? Match sets. Fünf Minuten. Ja, das Game reformiert. Zwei von fünft. Es ist überlangweilig. Das Konzept ist geil. Die Umsetzung ist scheiße. Äh, zwei von fünf. Dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel heißt Ghost Terminator. Also irgendwas mit Geistern wieder. Ich hoffe, das ist wieder kein Horrorspiel. Ich gehe einfach mal in the damn it house rein. Ich habe keiner, was man in dem Game machen muss. A far away house is being haunted by ghosts. People who see you. Kein Bock mehr. Wow. Ah, die Grafik ist krass. Digga, tot. Oh, ist das wieder ein Horrorspiel? Digga, was ist das für eine Scheiße? Hä? Das ist das Game? Okay, also ich muss einfach Game of the Year. Ich muss einfach Geister jagen. Digga, hä? Ist das scheiße? Bro, totes Spiel. Real talk. Mann, ist das scheiße? Hä? Die Sounds gehen crazy. Die Sounds gehen tot scheiße. Das ist doch ein Ghost. Was ist das hier, Digga? What the fuck? Bro, sag nicht, das ist doch ein Horrorspiel. Hallo? T? I? Tim? Timman? Timman 2? Timman 2D? Timman 2D? Timman 2D? Okay, das war's. Digga, totes Game. Hey, Ghost outside? Achso, outside der Haus. Plus eins. Da ist er. Let's go. Give me that crown. Keep an eye in the garden to catch items that will show up. Digga, als ob die mich aufhalten können. Digga, was ist das für ein Scheiß-Game? Digga, die sehen nicht vergruselig aus. Oh, das ist ein Item, das ist ein Item. Eine neue Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, was? Bro! What the fuck? Ey, das Spiel ist actually cool. Bro, was ist denn jetzt los? Digga, ich dachte, es reicht so langsam. Und weg mit... Ach, du Scheiß! Bro, der sagt nicht, ich muss alles nochmal neu spielen. Nee. Ich spiel nicht nochmal alles neu, Bro. Ich geb ein 2-3-Wishes. Digga, wo bin ich denn jetzt? Hä? Weil ich schwöre, dass ich das Spiel geht hart. Digga, warum springe ich? Als wäre ich auf dem Mond. Guck mal, wie lange ich springe. So sehen Rerap meine Träume aus. Digga, kein Wunder, streust du da nicht mehr. Das sind bei mir keine Albträume, das ist bei mir die Wahrheit. All diese Hexen sind Ratten, die Schlechtes über mich wollen. Okay, noch 87. Schau sogar Samus White. Ja, Bro. So sah Samus White aus, Digga. Jeder von uns hat eine Waffe bekommen. Und dann meinten die, viel Glück, überlebt schön. Und irgendwann hatten wir keinen Bock mehr auf uns selber. Und haben uns gegenseitig abgeschossen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Und was ist das? Ist das eine andere Garn als vorhin? Hä? Aber geile Waffe. Du hast so eine Käfigwaffe. Ich sperre mich selber ein. Ja, cool, Mann. Geiles Gefängnis. So, hier ist das Haus. Hier ist es. Was ist da drin? Ja, was genau? Kann man hier baden? Oh, was soll ich suchen? Ich check es nicht. Das? Passiert jetzt irgendwas? Time to burn. What the fuck? Ich stelle mich ins Wasser. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Hier und jetzt? Wie careful, the three witches are coming. Das ist das Kacke, Siggah. Oh Gott. Komm weg mit der Alten, Alter. Bro, ich sag ehrlich. Das Spiel auch wieder underrated. Tschau. So, alle weg. Fertig. Congratulations. We now have peace in the forest. Kein Problem. Kein Problem. Okay, wir können jetzt mit diesen Ghost Points, die wir gesammelt haben, wohin? Glaube ich, das hier anlocken jetzt. Okay. Okay. Was ist das? Ich hab keine Waffe, gar nix. Walk through walls. You can walk through walls. Ich bin durch Wand gegangen. Digga, ich bin fast aus der Web gegangen. Was passiert? Was passiert? You can walk through walls. Was passiert hier, Digga? Portal. Knopf. Knopf. Hä, aber ich sag ehrlich. Also dafür, dass es, also das Game ist halt wirklich, das Game könnte so ein normales Game sein, was irgendein Schümer spielt halt. Das ist ja nicht das krasseste. Aber das Game könnte halt irgendein so ein Game sein, was irgendeiner auf Check ist. Digga, ich seh die, Alter, wie geil. Ich seh die, warte, ich geh mal zum Geist. Das ist wie Pac-Man in 3... Ah! Das ist wie Pac-Man in 3D. Ah! 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 Auf jeden Fall, das Game von mir. Retalk. 5 von 5 Sternen. Grafik ist geil. Idee. Okay. 4,5 von 5. Grafik ist geil. Idee ist jetzt nicht krass, aber ist cool. Machen wir weiter mit dem nächsten. Keep the Balance Soundtrack. Bongo Digga, bro. Das ist legit kein Spiel. Das ist einfach Soundtrack. Das ist krass. Das ist wie ein Spiel. Bro rankt jetzt Songs. Ey, Retalk geht aber fit, der Sound. All right, ey. Das Spiel kriegt von mir eine 5 von 5. Wir machen direkt weiter mit Jailbreak Simulator. Level 1. Ich mach mal normal. Okay, mal gucken, was das ist. Bro, fick ich mich gerade? Bro, man kann sich nur bewegen mit Maus. Das ist krass. Ist das eine Scheiße. Kann ich hier rein einfach? Wait. Wir sind jetzt Kumpanen? Ja, dann hol ich jetzt alle ran. Komm mit, bro. Okay, dann gehen wir jetzt einfach raus. Bro, das ist legit League of Legends einfach im Gefängnis. Was ist das? Ich mach mal easy. Was macht der da am Anfang immer? Bro, das sieht nicht aus, als würde er ausstehen. Digga, dass man sich alleine so bewegen muss, ist so krank. Okay, wir sind auf jeden Fall 5 jetzt. Schon mal einfacher als letztes Mal. Bro, das kann nicht sein, dass zwei wegen Pfeilen gestorben sind. Du musst mich verarschen, Bro. Komm, fick den, fick den, bitte. Bitte. Was macht ihr denn? Nein. Nein. Ritter, das Spiel ist scheiße. Bro, ich werde das nicht weiterspielen. Das Game kriegt von mir alle 1,10. Die Steuerung ist beschissen. Der Sound ist scheiße, viel zu laut. Man kann ihn nicht leider stellen. Ich habe keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit sterbe. Totes Game. Mehr gibt es da nicht zu sagen.